Hallo bei Civilization 5 mit der Nussstulle. So, wir haben jetzt ja Hamburgs hier gegründet und die da spähersam rumspähen. Endlich haben wir unsere Küstenstadt. Demnächst wird dann wohl Dings... Wenn ihr eure weiteren Gebiete ausdehnt, die ich als die meinigen betrachte, macht ihr dadurch nur jegliche Möglichkeit der Freundschaft zwischen uns zu vernichten. Entschuldigung, ja, muss sein Fall sein gewissen. Wo die denn? Diese Warnung sollte ich mal anderen da geben. Und? Ja, ja. So, weiter geht's. Mhm, Antwerpen hat ja so eine Halbinsel scheinbar. Und bekomme gerade mal ein Plus Gold. Meine Bürger sind aber noch zufrieden. Ach kommt, du darfst dich mal reparieren. Ach, da sind die Kälte. Ja, bin ich ein bisschen nah dran, aber... Ändenburg. Ist mir relativ ... Ändenburg. Das große Ändenburg. Das große Ändenburg. Sophia. Sophia. Paparenaga. Hier, ja, ja. Ab dafür. Ab dafür. Sophia entdeckt. Ab dafür. Ich glaube aber eher, dass das auf der Insel ist. Dass sie umsonst der Panik schieben. Die Sofianer. So, Berlin ist wieder etwas gewachsen. Ja, muss ich da mir Sorge machen wegen dem Karton? Nicht wirklich, ja. Ich glaube ich werde nach der Karawane erstmal dann einen neuen Siegler bauen, der dann sich hier auf diesen Pferdchen da niederlassen kann. Drei das Rattisbad entwickelt. Da wird die Stadt, äh, Hamburg mit Berlin verbunden werden. verbunden werden. Ja. ja. Mein Verdacht, dass Sophia da so gelegen ist, auf eine Insel, äh, beziehungsweise die Barbaren zu legen, hat sich relativ bewahrheitet. und, äh, kann ich da schon Gelände da? Nein, kein Geld. Schade, aber auch. Hm, Edinburgh, ha, das scheint eine zweite Stadt entstanden zu sein. Joa, sonst macht diese lange Ausdehnung keinen Sinn, und hier verdickt sich das auf, äh, jeder... ne, die Barbaren, die... vernichten wir, hat man nicht nur... da sind... die Kelten, scheinen ja... was gegen uns zu haben, wegen Hamburg, also helfen wir denen auch da nicht. Ne, 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 ne. Ne, 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 so. Och! Die darf er verlassen. Okay, dann... schnappen wir dann schnell das Geld. Äh, so... Das sagen wir doch nicht nein, ne. So, soviel habe ich... da... ge... Acht, da habe ich Mumbai entdeckt, aber das ist ne Nebensiedlung vor, eine Zweitsiedlung. Ihr seht... steht vor dem großen Guyamada von... Indonesien. Was führt euch in mein Reich? Wir sind nicht in dein Reich. Schüss. Du leidst da rum, ich leidst da rum. Also treffen wir uns. Oder siehst du das ganze Gebiet hier als deins an. Dann haben wir ein Problem miteinander. Ach. Seid gegrüßt. Ich bin Napoleon von Frankreich. Ich habe wenig Zeit für belanglose Nettigkeiten. Was führt ihr hierher? Wir wollten da unten eine Barbaren-Siedlung erledigen. Danke, dein Nachfrage. Okay. Wenn ihr eine Botschaft habt, warnt bei uns. Bitte, wir nehmen euer Geld gerne. Eine schöne Pakt von einem Gold. Warum nicht, ne? Sucht euch aus, wo ihr die Baum wollt. Genügend Platz da. Was mache ich denn mit Weltwundern? Ui. Bodicat Gandhi, den Krieg erklärt. Uiuiuiui. Hier habe ich etwas, das nützlich sein könnte. Herzlichen Glückwunsch. Der Entdeckung des Weltwunders, der Beringer-Krater, hat die Zufriedenheit im Reich erhört. Ertrag werden bewirtschaftet. Zufriedenheit im Reich erheb. Ich habe ein bisschen weit weg. Aber, hey. Also. Interessante Gelder gegen die Inder. Da wird eine spannende Sache. Ich glaube, der Inder hat relativ wenig Chancen zu überleben. Na gut. Überleben tut er bestimmt. Aber. Ob er Bombay halten kann, wird es sich zeigen. Die Karawane ist bald zu weit. Keramik war zu weit. Der Bautrupp baut der Pferde ab. Ja. Ach. Da fang mit. Dings hat doch noch gezählt. Fein, fein. Aber. Ja. Freundschaft ist ja sowieso wieder am sinken. Who cares. Wo ist die Hauptsiedlung der Inder? Lavaletta. Oh. Vier Religionen. Und ein bisschen Gold. Doch schon. Fein, fein. Lavaletta. Und das ist wohl der südlichste Punkt der Inder. Und das ist wohl der südlichste Punkt der Inder. des Kontinents. Ja. Bin ich auch sehr traurig drum. Ja. Dings muss ich bauen. Ah. Da haben wir Delhi. Bombay ist nicht so weit weg von Delhi. Denn die Kälten sind angepisst. Die Kälten sind also relativ schnell biestich zu werden. Ja. Okay. Mein Land ist unter indischen Schutz. Die Nation schützt die nicht. Ich bin mehr gespannt, was mit Indien und was aus diesem Konflikt hier wird. So. Der südlichste Punkt wurde erreicht. Ein ziemlich riesen Kontinent. Da kann man bequem durchsegeln. Oh. Da ist jetzt ein ziemlich großes Gebiet. Wem gehört das? Am Busch ist gewachsen. Yippie. So. Keramik. Gleich fertig. Keramik ist fertig. Karawane gleich fertig. Karawane gleich fertig. Ja. Finde ich schön. So. Keramik. So. Keramik ist fertig. Keramik. 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 Ich glaube, ich mache mal sehe schon. So So, dann wollen wir mal weiter gucken Ah, Babylon Runter Das ist ein ganz schönes Stückchen Babylon ist nicht gerade klein da So, da haben wir Das ist ein ganz schönes Stückchen Edinburgh ist wohl ein bisschen gefährlich Na, da kommt Nimm wir lieber mit diesem Konflikt mit den Internen ist mir doch ein Tick heikel Ach, was bauen wir denn da? Ja, komm, Siedler Einen Siedler wollte ich ja noch da bauen und dann werde ich mal gucken, wie ich eine Weltwunder demnächst Der Kontinent geht aber noch weit nach da Vielleicht ist das ja so eine halbe Insel, so eine riesige Bucht hier alles Das könnte sogar sein Atemistempel wünschen die sich Kann ich mir das in Hamburg leisten? Zurück zur Karte So, auf welchem Platz sind wir denn? 57 Ich würde sagen, so Mittelfeld Ein Barbare-Nager gefunden Aha Die Gelten haben Antwerpen mit reingezogen In den Krieg Gegen Gegen Gandhi Ah, ich wollte doch Dings machen Magländer verkaufen in Hamburg Na ja, da gleich Na ja, da gleich Ja, gleich 21 noch bis zum Tickler Mal gucken, was die Kerl sind Mal gucken, was die Kerl sind sagen Solange sie keine Schiffe haben Hat entziemlich Fühle ich keinen Stress Sehr mit denen Ja, der Weg ist frei So Jede Nation hat seine zweite Stadt Und wer plant gerade die dritte Stadt? Zwischen Hamburg und Berlin Ja In 15 Runden können wir dann eine zweite Karawane bauen Was auch ganz nett tut Bringt zwar nicht so viel Geld im Moment, aber Ja 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 Bitte baut da hin Neben den Inka ist noch Platz Na ja Gibt's da einen kleinen Umweg Über Ach So nebenbei noch Sydney Auch Funden Okay Bei WN wird's dir nicht Ja Daneben Eins weiter Neben dem Von Byzanz Könnt ihr euch Bauen Die Straße der Botschaften Ist für Botschaften reserviert Danke So Wo kommen die denn an? Versuchen die dann schneller am Weg zu finden Südlich Na ich zweifle es, dass es den gibt Oh Okay Reparieren Repariert euch mal So Oh Ein Wall ist in Hamburg Okay Im Botschaftsfet Äh Auf der Botschaftsstraße Könnt gegenüber den Franzosen einziehen Ich glaube Ich glaube Viel Äh Nationen sind nicht mal zu sehen So Die reiben sich da auf So Ja So Zeitplan Mäßig Vielleicht Vielleicht Wenn ich da Die nächste Stadt Da gebaut habe München Kann ich wohl Am Weg Gib mal Päuschen machen Also Aber Das sind ja noch Einige Runden 134 Runden Haben wir schon Hinter uns Meine Meine lieben Freunde Und immer noch Ich weiß Ich Noch nicht Wo Die Reise Hier Wie sich die Reise Mit uns Hier Entwickelt Aha Ghandi hat mit Bodega Frieden Geschlossen Also ein Krieg Ohne Großveränderungen Scheinbar Bin mal gespannt Wann uns da Ein Krieg Aufgezwungen wird Ghandi hat Frieden Mit Entwerfen Geschlossen Wir können bald Pferde Armeen bauen Was auch Sehr praktisch Mombasa Auf Karte Finden Haben wir gefunden Ja Ich glaube Die Geldprobleme Sind relativ Erledigt Die sind Wieder auf dem Rückweg Und haben Verstanden Dass es Da kann Weg Gibt Aber Vielleicht Hat ja Edinburgh Diese Kleine Lücke Hier Abgeschlossen Ausschließen Will ich Das Nicht Hier 134 So 30 Für Die Neue Stadt Dann Habe ich Mal Genügend Städte Gebaut Eventuell Mal sehen Dann Dann Da Wird Ich Mich Mal Um Ein Tempel Kümmern In Berlin Babylonia Latschen Da Rum Und Vielleicht Auch Bei Babylon Rum Zwischen Akkad Und Babylon So Da Kann Ich Da Wieder Kämpfen Ja Neben Den Neben Den Polinesern Bitte Baut Ruhig In Den Stil Der Vorwiegend Ist In Euer Land Damit Ich Unter Berlin Er Strahlen Wird Oh Berlin Hat Ne Kleine Unger Kies So Na Dann Naja Wird Ja Jetzt Da Ein Kleines Feld Angenägt G I A G G I I I Do trajectory I gut oder nicht so gut ja ein neues pension so langsam sollte mir mal auch mal gedanken machen was braucht man manchmal so warte was zum kloppen ach ja das haben wir ja nicht weil hier nicht noch was zu verkriegen ja kein plan und dann noch was zum kloppen war egal vielleicht findet sich ja das auf dem weg sägen ist bald fertig nächste runde kann ich neue politik anführen und der nächste siegler ist auch bald fertig doch Ja, Optik, Optik, Optik ist gut So So, Sophia Zappi Das ist nur ein einziger Ja, bitte Geht in den Botschaftsdistrikt Danke Ist das so aus hier pelkältig? Aha Kein Investor mehr Ist schade Ja Wirklich schade, schade, schade So Wie ihr gesehen habt Habe ich da einen Zweiten Bautrupp Kapstadt In einen Handelsweg Haben Okay Okay Wir sollen nicht abmachen Ach, Kapstadt Ja Kann ich gerade machen Ja Dann werde ich dann als nächstes die Karawane Für Kapstadt Habe ich mal ein paar Habe ich mal ein paar Habe ich mal ein paar Baren nahegeeintickt Juhu, Freunde Da gibt was zu klippen So 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 Hier Hier Karawane Das ist ja Bisschen Eindrücklicher Oder Brauche ich da überhaupt eine Stadt Ach Ach Ist mir Lieber Ja Ja Lavalett Da Gefunden Mhm Oho Arkanopel Ja Kapstadt Hat ja Dann Vorher Dann So Monument Okay So Bitte Gern geschehen Kapstadt Die fortstrichtlichsten Völker der Welt Wir Ja Platz 1 Ja Mit ein paar Anderen Aber das ist schön Und mit dieser Gute Nachricht Machen wir auch Eine Pause Bis zum nächsten Mal Mit Civilization 5 Bis zum nächsten Mal